Liebe Summer Breeze-Freunde, ihr tragt uns gerade durch den zweiten Sommer ohne Festival. Euer Support hält uns über Wasser. Danke, dass ihr euch so zahlreich für die Supporter-Optionen und für das Festival 2022 entschieden habt. Wir setzen alles daran, dass wir im nächsten Jahr ein unvergessliches Jubiläumsfestival mit euch feiern können. Mit rund 50 Bands gibt es noch diesen Monat die ersten Bestätigungen für 2022. Vergesst bitte nicht, dass bis Ende des Monats die Preistufe 1 noch gültig ist. Vielen Dank, dass ihr uns treu bleibt und dass ihr so geduldig seid.